Willkommen zurück zu lol Heute zog ich mal ein Ranked Schon lange her, wo ich mal ein Ranked wieder auf meinem Kanal hochgeladen habe Ich bin irgendwie in der letzten Zeit während der LCS Oh, ist der Schmetterling nicht schön Ja, nicht mehr dazu gekommen Ranked zu spielen Und wurde jetzt demoted mehrmals Bin da mit 5 wieder Das ist richtig crap 75 Punkte Ist natürlich mega ärgerlich Darf natürlich eigentlich nicht passieren Aber soll ich machen? Ist passiert Kann ich jetzt nicht ändern Und ich versuche mich jetzt wieder ein bisschen höher zu spielen Ich habe überlegt, mir wieder ein bisschen mehr Ranked zu zocken Gerade jetzt, wo Kogma und Hustana in der Meta sind Das sind eigentlich Champs, die ich extrem gerne spiele Und ja, dementsprechend habe ich eigentlich richtig Bock Bin extrem bad geworden, muss ich sagen Also, ja, schon lange nicht mehr auf dem Niveau, wo ich mal war Und ja, mal gucken Mal gucken, was jetzt hier so geht Ähm, Zyra Kogma ist echt strong Viele spielen ja jetzt wieder mit Exhaust Weil Exhaust ja Magieresistenz und Rüstung wegnimmt Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder in meine Promo komme Weil ich will echt weg von Diamond 5 Meine MMR ist nicht gefallen Also, es funktioniert ja so, wenn man demoted wird Ähm, ja, bekommt man zwar weniger LP Oder wird da noch eine ganze Division runtergeschüttet Aber die MMR bleibt Das heißt, da passiert nichts Es sollte aber trotzdem eigentlich nicht passieren Dass man hier wirklich mehrfach demoted wird Also, ich war ja Dia 3 und wurde dann auf Dia 4 demoted Und dann sogar noch auf Dia 5 Also, da sieht man einfach schon, dass ich extrem lange nicht mehr gespielt habe Einfach während der fast der ganzen LCS-Zeit Einfach keine Ranks mehr Und, ähm, ja Sollte nicht passieren Aber, mein Gott Wir werden jetzt versuchen Wir müssen uns zu tryharden Und, äh, ja, dann mal gucken Ich hab gesehen, der Twitch, äh Spielt öfter Twitch Tristana war gebannt, muss ich dazu sagen Sonst hätte ich Tristana gespielt Weil Tristana ist ziemlich cool momentan Und macht auch generell viel Spaß Weil sie einfach Escape hat Und Gegner weglappen kann Und wegdrücken kann, meine ich natürlich Sona ist auch ziemlich geil momentan Also, die hab ich ja in einem, äh, Game auch schon mal gespielt Auf AP in der Mitte Und, äh, ja, ist ziemlich cool Vor allem, weil sie jetzt ihre Mates auch schilden kann Crescendo, ich weiß nicht Also, ich hatte ja mit Matze darüber geredet Crescendo haben sie jetzt irgendwie ange... also geändert Das war wohl vorher eine falsche visuelle Animation Irgendwie von der Hitbox her Und die haben sie jetzt angepasst Dass es auch richtig so, wie es auch aussehen soll Aussieht Und, äh Ja, das sieht ganz cool aus jetzt Sieht irgendwie schmaler aus Aber es täuscht Ah, wird ich den Der ich den nicht bekomme Aber das ist ärgerlich Und, ja Guck mal, ist halt immer der Defizit Der hat keinen Escape Das heißt, man muss echt gut stehen Die höchste Range hat er jetzt auch nicht ohne sein W First Blood für die Gegner Das ist nicht so schön Aber kann natürlich mal passieren Muss eigentlich auch viel öfter mit meinem W arbeiten Lucin ist ja jetzt tot genervt Der wird nicht mehr gebannt und noch nicht mehr gepickt Also, da kann man schon sehen, was ein Buff oder Nerf hier wirklich, äh Gebracht hat Also, seitdem man den Slow nicht mehr wegpurgen kann Ist der Champion zwar immer noch stark Aber irgendwie nicht mehr so gut wie vorher Und man hat ja nicht nur das geändert Sondern man hat ja auch geändert Dass man zum Beispiel, ähm Auch den Cooldown hochgesetzt hat Auf 14 Sekunden Ähm Lassen wir kenne es hier rein Ähm Und Das hat wirklich einen krassen Nerf bewirkt Einfach an dem Champion Weil man zwar auch immer noch auf Cooldown spielen kann Aber man hat längst nicht mehr so viel Ähm So viel Abklingzeitreduzierung Dass man wirklich, äh Ein Auto-Attack macht Nachdem man ein Spell geused hat Und dann sofort wieder dashen kann Ah Gott Bin strong unterwegs Muss sagen Ich seh's jetzt immer unterschiedlicher Viele Kogmas gehen eigentlich auf Phage Ähm Das mag ich eigentlich auch Muss ich zugeben Man baut ja halt mit Kogma immer First Rifos Und danach eigentlich, äh Blade Ich muss sagen, dass ich das auch ziemlich cool find Kann da einer? Hab ich echt so ne schlechte Map Awareness? Oh ja Oh, danke Das war ziemlich bad von mir Ich bin immer noch einfach Was Last Hits angeht Echt manchmal einfach ne übelste Möwe Verpasst wirklich viele Javan immer noch hier Ja, ich hab ihn gesehen Chill Javan ist wieder weg Sehr gut Zara steht sehr weit hinten Sehr gut, dass ich den wenigstens bekommen hab Kogma hat ja auch, glaub ich, einen kleinen Nerf bekommen Ja, noch nicht Ist auf dem PBE momentan Dann macht die Ulti nur noch 100% Schaden irgendwie an Shams Und nicht 125% Ich sag, in der siebten Minute 50% Farm Wenn ich bedenke, wie viel ich verloren habe Einfach durch eigenen Fail Ähm, ist halt noch okay Also Ich stand wirklich beschissener da, eigentlich Können eigentlich back in Ich verstehe immer noch nicht, warum kein Triforce hier empfohlen wird Das ist echt ein Wunder irgendwie Das ist einfach mega merkwürdig Du bist alleine, Zara, ne? Ich hoffe, das ist dir klar Oh, die kommt auch weg Sehr gut Ja Momentan noch sehr verhalten hat Game Ich muss sagen, mit meinem Farm Bin ich nicht zufrieden Aber es ist okay Twitch hat weniger immer noch Und ich hab auch noch Eigentlich ganz viele Wenn ich da mit meinen anderen Teammates vergleiche Also die sind auch entweder gleich Gestellt oder Oh, nice Good job Ah, schade Man muss dazu sagen, dass Die auch im Primit sind Syndra und Warwick sind primit Ich mag einfach Phage am Anfang zu bauen mit Kog'Maw Weil man dann A, sehr mobil ist Und auch noch Leben und Attack Damage bekommt Und das bringt einen einfach extrem weit Generell Triforce ist einfach so ein schönes Item auf Kog'Maw Ich weiß gar nicht, warum ich das früher nie gebaut hab auf den Das ist echt ein super cooles Item Man sieht ja schon, dass ich wirklich mit einer einfachen Kombination hier Denen echt eine Menge Leben ziehen kann Das ist auch wichtig mit Kog'Maw Sobald er Level 6 erreicht hat Konstant Müsste direkt flashen Schon wieder hier der Knecht So Sehr gut Syndra stirbt Ah, die sterben alle Sehr gut Schaffen wir den noch? Naja, schon mal nicht mehr Sehr gut Wowwick Sehr gut gemacht So, dann holen wir uns jetzt direkt Schien Das war auch super geil mit Kog'Maw Weil man dann immer so bald man die Ulti benutzt Einfach mega damage hat für den nächsten Angriff War jetzt nicht so super ideal Aber schön, dass er mich wenigstens nicht mit dem Slow getroffen hat Als ich reingegangen bin in den Ach, scheiße Pink Ward Haben wir gar nicht erledigt Glaube ich Ich frage mich immer noch, warum die Velkos genommen haben Also Velkos ist cool Aber es ist halt Velkos Ist auch nicht so super strong Guck mal, sagen wir so strong Renekon stirbt Gegen Ryze Okay Ich glaube, das ist ziemlich strong gegen mich Muss ich sagen Also gegen den werde ich auch nicht viel machen können Wenn ich keinen Flash ab Ach, scheiße Ich wollte den Kio nicht scannen Wenn man das ist, skippt man dann eh Ja, das war sehr simpel Oh, Velkos und Jarwin Oh, shit Wir sind vielleicht tot Ne, okay Okay, mir fehlt nicht mehr viel Gold Dann habe ich meinen, äh, Triforce Ich muss sagen, Early Game Läuft ganz gut Nicht so viel gefarmt, aber Dafür auch nicht gestorben Und sogar noch Kills rausgeholt Sehr gute Ulti von Zara Die Gegner auf jeden Fall abgehalten Um uns draufzukommen So, na Ich weiß nicht Ich gehe dann auch lieber nochmal weg Wenn wir nochmal Attack Speed Boots holen Und ein paar Potts Lieber nochmal auf Nummer sicher gehen Bevor man dann reinfeedet Der ist auch immer kacke Hm Wie steht denn der Velkos? 99 Farmer, der Wow 3-2 Wundert mich wirklich eigentlich Weil wir Warwick haben Normalerweise, sobald der Level 6 ist Hat er einen Freekill immer Wobei der hat Barrier auch noch mit Oh, dann hält er schon einiges aus Das war Dump So, ich habe wieder Flash Die Panzerrollen immer noch bei mir Sehr gut, Zona Dawn Hier Direkt Rotation zum Drachen Please Oh Gott Oh shit, Alter Das war mega dumm Ich hätte mich sofort zurückziehen Ich hätte nicht gedacht Dass wir da so auf den Sack kriegen Aber der Twitch hat mir viel zu viel damage gemacht Und ich hätte auch direkt aus dem Ult Von Dings rausflaschen sollen Aber nicht schlimm Ist noch alles okay Ich glaube, wenn ich geflasht hätte Sofort wäre das nicht passiert Scheiße Daher erstmal immer ein bisschen schlauer Boah, der kriegt ja fast gar kein damage, Alter Hey, liebe Scheiße, Mann Ne, rotz die einfach weg Oh, sehr gut Oh, Teleport Oh, abgebrochen Nice Sehr gut Tower Down unten Okay, okay, okay Da wäre jetzt zum Beispiel Tristan auch einiges cooler gewesen Oh Gott Vor allem hätte ich meinen Flash einfach Das ist echt so ärgerlich So, try for so ready Minute 16 Das ist eigentlich nicht so schnell Vor allem, weil ich ja Kills bekommen habe Wenn ich eigentlich auch durchaus mehr haben kann Äh, eher haben könnte man nicht Gut ist halt, dass Velkos sehr anfällig dagegen ist Nachher gegen mich Dadurch, dass ich eine hohe Reichweite habe Kann ich halt auch extrem nah Äh, extrem weit wegstehen Und ihn einfach kaputt machen Er kann mit seinem Laser Ist auch statisch Normalerweise haben wir auch genau die richtigen Champions dafür Wir haben Zyra, wir haben Warwick Zyndra Die den betäuben kann Und auch Renning Der ist extrem stark Auch wenn der vielleicht jetzt 0-2 steht Was echt nicht so cool ist Weil Rennington gerade im Early Game halt stark ist Oh Gott, die Kuchen besser als wir Ich komme auch Die haben da immer noch eine Pink Ich weiß gar nicht Ich glaube, Twitch kann ich erledigen Ohne Probleme eigentlich alleine Wenn ich nicht alles daneben klopfe Sollte das eigentlich gehen So, nächster Item sollte Blade sein Ich wundere das ein bisschen Dass ich mich die ganze Zeit unten pushen lassen Eigentlich kann ich das nicht machen Schon wieder eine Pink Water Kommt die hier hin Ist eigentlich ein beliebter World Spot Ich glaube die Pink Water erledigt Das ist schon mal gut Oh, ich hab Angst. Ich glaub, ich lauf hier jemanden durch rein. Oh, ich hab Angst. Ich glaub, ich lauf hier jemanden durch rein. Ah, der ist tot. Und das, obwohl er geflasht hat. Also, das geht eigentlich. Ist eigentlich ein guter Tausch gewesen, muss ich sagen. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Er hat geflasht, ich nicht. Ich muss sagen, ich hatte auch mein Weh nicht mehr zur Verfügung. Das war halt extrem bitter. Ich glaub, wenn ich meinen Bio-Akan Barrage hätte, dann hätte ich ihn auf jeden Fall gekillt, ohne dass er mich getötet hätte. Hm. Mein Dev-Tammer war ja extrem low. 375 True Damage macht der schon jetzt. Hey, wie gescheiße er hat. Oh, du bist tot, Warwick. Oh, zieht euch zurück. Oh, zieht euch zurück. Warum gehst du denn da rein ranken? Oh Gott. Why? Warum geht ihr da rein, wenn ihr alle seht, auf der Map? Das ist nicht gut, Mann. Das ist überhaupt nicht gut, ja. Lol. Ich hab ihn gesehen. 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 Für unser Team sieht das noch nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ist alles noch ein bisschen zu unkonstant irgendwie. Okay. Wir haben 3 Dragon bekommen jetzt. Sehr gut. Easy abgerissen, den Typ. Easy abgerissen, den Typ. Oh, Twitch kommt. Oh, Twitch kommt. Wir haben eigentlich gut geworden, also. Normalerweise brauchen wir da nicht so viel Angst haben. Ja. Problem ist, dass ich auch nicht genug habe. Ja, ich hab mich auch nicht so viel Angst haben. Ich hab ihn gesehen. Oh, jetzt wird es hier zum richtigen Clash kommen, ey. fahne schluss das macht er gut belagern sagen der welkos spielt echt nicht schlecht ranken will er anscheinend gar nicht verteidigen alter alter schwede die ulti von belkos nicht gut hat er geflasht gar nicht gesehen ich glaube der hat geflasht die syndra macht echt einen guten job die hat auch irgendwie schon 60 70 games mit syndra gemacht merkt man auch er spielt echt gut oh jetzt stürzt er oh jetzt stürzt er oh der rennegan der rennegan der rennegan of doom oh shit sehr gut ich muss mehr farmen ich komme nicht zum farmen ich bin immer nur am fighten ah der war eiskalt hatten der rise alt hat der rise schon armor er hat ja echt armor of doom ist auch jede von unseren lanes reingepusht ich komme überhaupt nicht zum farm ich weiß echt nicht wo ich mir den farm holen soll aber das ist ziemlich retarded man sieht auch dass alle anderen auch nicht viel gefahren waren kommt hier echt nur zu kämpfen so blade blade am start so ok ab geht's Minute 25 sind da keine guten items eigentlich da kann man auch schon locker 300 farm haben also in der lcs haben die 300 aber das problem ist auch in der lcs machen die auch nichts anderes als farmen da steht es nicht 18 17 in 25 minuten also normalerweise darf man das auch nicht vergleichen mit lcs niveau das ist eigentlich fail weil es einfach nicht dazu kommt ich bin noch ein bisschen mehr fahrer oh die sind noch zu viel da da oh Gott nein oh Gott nein oh Gott nein oh Gott nein ich muss mehr bei meinem team bleiben das ist nicht so gut gelaufen oh alter schwede oh die zyra alter heilige mutter macht die denn für ein damage alter schade oh schade oh die ist echt retardend die zyra mhm die ist echt ein übelster rager boy ah genau so iso dranniken er wurde geschnappt und wir werden geblamed das ist halt echt so das ist halt wirklich das ist halt wirklich die community in league of legends toxic as hell er wird gepackt in der midderweiße und wir sind schuld nice vorweg und zyra sind die pre-made ne obwohl warte mal ich bin gar nicht sicher ne vorweg und zyra sind die pre-made ne ein level noch dann habe ich max mit ult max range mit ult ich muss eigentlich mich abkapseln weil ich farmen muss aber ich komme nicht zum farmen das ist so kacke der twitch hat auch schon gedacht er hat genauso viel wie ich ne muss ich daneben ne 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 Alter Again Syndra, Alter, again Na, jetzt machen sie Baron Ah, die Syndra hat das hier gerade hergegeben Ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben Oh Gott, Alter Ja, die Syndra hat das gerade hergegeben, leider Ich weiß nicht, warum der da so weit hinterher gerannt ist Das war nicht klug, ey Also die macht ja so eigentlich an sich einen guten Job, ey Wenn die Leute mit Leuten umbringen, aber Ne, das war nicht so klug irgendwie Auch wie ich da jetzt gerade wieder gestorben bin, war auch nicht so mega epic Ah, die haben halt auch echt ein schlimmes Team, ey Alleine Ryze mit seinem scheiß Käfig Dann Jar, wenn der mich hochwirft, ey Das ist halt richtig krank, Alter Die können mich echt c10 auf Doom Und wenn ich da niemanden hab, der für mich peelt, ey, dann ist GG Spot rauspushen Ist halt einfach Ich find's halt trotzdem einfach nur peinlich, dass der Warwick halt Normalerweise wäre Warwick auch so ein Spieler, der wird die Syndra zu Tode flamen, wahrscheinlich Wenn's nicht sein eigenes Mate wäre Mein eigener Mate Weil einfach, das war wirklich ein Move, der einfach kacke war Er ist einfach gechased ohne Ende und hat sich dann vom Jarwin danken lassen Das darf eigentlich nicht passieren Oh, der Ryze war hier Oh, immer wird einer geschnappt, das ist halt Nice Nice Ich hab meinen Blade immer noch nicht genutzt da Nur das sind easy Barren für uns Wird schon mal nicht schlecht Haben die noch den Red Buff Eine Minute Dragon Okay Jetzt kann ich ein bisschen Death gehen Jetzt werde ich auch, äh, auf jeden Fall Dings bauen Mir, äh Na, wie heißt das? Banshee Bell So, warte mal, ich kann mal langsam anfangen, meinen Trinket zu verkaufen Das Trinket brauche ich eigentlich nicht 4.000 Units ist zwar nice, aber 2.500 reicht auch Vollkommen aus Ich glaube, der Coulon geht dann auch woher, ne? Ne, das ist nur noch mal 20 Ich muss sagen, ich stand eigentlich ganz gut, gerade Gut, dass ich sofort rausgeflasht bin aus der Jarwin Ult Hab ich den nicht abbekommen Also, die Dings Ult nicht abbekommen Und die Jarwin hat auch echt gefressen Wenn ich den einmal mit meinem Caustic Spiral anhaue, ey, dann kriegt der so viel Magieresion Armour abgezogen TP Okay Dann brauchen Warwick Dann kommt er nicht Die Turteln jetzt halt irgendwo Various War Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock, die zu finden Aber da können die eigentlich nicht hingekommen sein Okay, wir wollen uns den Dragon Dragon for free Boah, ich hab eigentlich keinen Bock, hier rumzurennen, ey Normalerweise ist das halt der Tod für mich, wenn ich in so einem engen Gebiet rumlautsche Ja, einfach rotieren Richtung Mitte So, ich kann mir auf jeden Fall schon mal Magieresie-Item holen Rotation auf die Top-Brennen Rotation auf die Top-Brennen Rotation auf die Top-Brennen Ich kann mir auf jeden Fall schon mal So, ich kann mir auf jeden Fall schon mal Ich kann mich dann mal einmal ausprobieren, mal würde ich ja gar nicht ausprobieren Okay, ich kann mich nicht mal auf jeden Fall Oh Gott, äh da. 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 Don't chase, Alter. Mitte einfach. Schade, der hat nicht festgehalten, Alter. Das war eigentlich ein sicherer Kill. Oh Gott, äh da. Oh Gott. 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 Dings dabei hier, Benjiwelle, dann bist du einfach Tank Hm, den kriegen wir nicht Benjiwelle schon mal verloren Be right back, FN Die groupen da schon, diese Affe Kein Trinket mehr 180 Sekunden bis zum Flash Das ist so ein knüppelhartes Game, ey Wir brauchen eigentlich nur eine gute Betäubung auf Auf irgendjemanden, auf Nee, auf Jarvan oder... Oh, der Twitch ist unten Oh, ich komm, ich komm, ich komm Ja, wir können anfangen Twitch ist unten, das war nicht gut von dem Oh, Gott, Alter Oh Gott, Alter Oh Gott, das ist meine Skills Oh Gott, das ist meine Skills Ah Na gut Oh Gott, shit Sorry, guys Sorry, guys Da wollte ich eindeutig zu viel Fuck, ey Ich steh die ganze Zeit sicher, ey Und dann geh ich rein, ey Fuck Ich muss sagen, ich hatte auch kein Flash, ey Das war echt kacke Ich hab kurz im Teamfight einfach überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll Dann merkt man schon einfach, dass ich ewig nicht spiele Ich hab Damage of Doom gemacht und ich hab danach auch Twitch und auch Ryze instant weggefokust Aber... Das ist halt noch so crappy, ey Ist auf jeden Fall noch ein bisschen besser Reinkommen Oh... Die haben jetzt halt richtig viel Gold dadurch bekommen, naja Das ist überhaupt nicht cool Der Red Buff von uns Ich werd mir jetzt auch den Red Pot holen Nochmal ein bisschen Attack Damage und vor allen Dingen HP, das ist wichtig Mit Twitch, hat der schon defensive Items? Ja, da Eins auf jeden Fall Wenn ich einen Red Buff kriegen kann, dann wäre er natürlich episch Mit 300 AD Der Ryze ist echt ein Baboman Wenn er rein springt in uns, ey Das ist echt so ein übeles Massaker Massaker, ey Sehr gut Stirb Ich kann nicht helfen, Alter Ich kann nichts machen, Jut, geh weg Alter Das ist so ein heftiges Game, Mann Leute Ich kanns nicht fassen, ey Das ist einfach so krank, ey Ich... Muss sagen, ey Das ist ziemlich ausgeglichen, ey Die Zyra spielt auch so gut, ey Wirklich, die hat echt einen guten Job, ey Eventuell hier den... Der Blue ist nicht da Ich brauch nicht mehr viel 2000 irgendwann, ne? 52 Dann kommt der Baron 3 Minuten Hier muss man auch sicheren Farm hier mitnehmen, Alter Problem ist, ich hab voll das Inventory, ey Ich brauch jetzt unbedingt schnell das Item Ich brauch jetzt unbedingt schnell das Item Musste halt wieder instant meinen Flash burnen, ey Als der Jarvan ankam Wird gut Dankeschön, Renekon Jetzt hab ich EE Jetzt kommt auf jeden Fall der Damage of Doom rein Noch mal ein bisschen mehr Crit Chance Oh ey, mit einem Red Pot hab ich auch echt viel Leben, also So einfach zu killen bin ich dann auch nicht Warte, Renekon hat sich Impaler gebaut, okay Wow, Alter, dieses Game, das zeigt einfach schon, wie weit das vorangeschritten ist, ey Ich hab auch Full-Build, obwohl ich nicht mal richtig gefarmt habe, oder gefeated bin Halt 10 Kills, aber Boah, 47 Minuten, Leute, ey So ein krasses Game, ey So ein krasses Game, ey So ein krasses Game, ey Boah, der Warby kriegt auch Schaden ohne Ende, ey Ah, der macht auch Damage, das muss man auch dazu sagen Oh Gott Nein, alle tot außer Ryze und Sona, das sollte eigentlich klar gehen Ich stand eigentlich ganz gut, hab ich gedacht, ey Komm, finish jetzt, finischen jetzt die Kacke GG Ja Sehr gut, ey Boah Was für eine epische Schlacht, Mann, ey Das war wirklich ein schönes Rank-Game, ey, wirklich Das war wirklich Also, abgesehen davon, dass die Mates wieder echt auf Übelsten Stresskurs waren, ey Aber das war so ein schönes Rank-Game Boah Das war wirklich extrem gut Gucken wir mal in den Schaden rein Ja, Schaden haben wir auf jeden Fall gemacht Oh, der Velcro ist, ey, nicht schlecht Der war echt nicht schlecht Twitch hat halt keinen Damage gemacht Das war halt irgendwie ein Problem Zyra hat mehr Schaden gemacht als Zyndra Ja, Zyra ist halt echt übel gut Und, ähm Ja, gut, Leute, schreibt mal fleißig rein in die Kommentare Vielleicht auch, welchem Edo ihr momentan seid Und ob ihr mal wieder öfter ein bisschen Ranked sehen wollt Auf meinem Main-Account Denn, äh, da kam ja in letzter Zeit immer so ein bisschen Trollgespiele Neben dem raus aus der Elohel Und, ähm, ja Ich werde natürlich auch versuchen, mich wieder zu verbessern Meiste Gold Ich stand echt einige Male extrem kacke Und, ähm Ja, da musste ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden Und, gut Dann würde ich sagen, sieh uns zum nächsten Mal bis dahin Hau da rein Oi, ja Und, ähm, ja